Hallo Leute, weiter geht's bei God of War. Im letzten Part haben wir keine Harpie, nein, sondern eine Walküre gekillt. Und das war wirklich nicht leicht. Das war halt wirklich, wirklich, wirklich nicht leicht. Und was jetzt? Vielleicht sollst du dich Reha-Deklung mal anziehen. Nein, es geht mir schon besser. Ich war nur etwas außer Atem. Wohin gehen wir jetzt? Jetzt, wo wir den Meißel des Riesen haben, müssen wir die Weltenrunde nach Jürtenheim lernen. Damit wir sie in das besondere Tor auf dem Gipfel schnitzen können, um ins Land der Riesen reisen zu können. Kennst du sie nicht? Leider nicht. Aber die Schlange erwähnte, dass die Riesen das Geheimnis Thir anvertraut haben. Ist Thir nicht tot? Ja, aber seine verborgenen Gruft ist nicht weit von ihm. Die Türen liegen unter seinem Tempel seit Generationen im See versuchten, bis unsere liebe Schlange ihr Gewicht verlagert hat. Dort finden wir die legendäre schwarze Rune von Jürtenheim. Wir könnten uns weiter umsehen. Wir haben jetzt den Meißel. Und die Gruft läuft nicht weg. Lass uns das Boot doch nutzen. Wir werden sehen, oder? Ja, wir werden sehen. Uff! Ich bin ja noch ein bisschen fertig von diesem Kampf zum letzten Mal, mit dieser Wartüde. Rimir, du hattest doch eine Geschichte begonnen. Ach ja! Die wahre Geschichte von Rungnir dem Raufbold, einem Riesen mit Kopf und Herz aus Stein. Er war unglaublich stark, jedoch auch ein Einfallspitzel. Odin sah ihn eines Tages durch Midgard wandern und fand ihn so amüsant, so harmlos, so gutgläubig, dass er ihn zu sich nach Asgard einlädt. Dort füllte er Rungnir mit Meht ab und stachlte ihn zu allerlei Scherzen und Kossen an, alles zur Unterhaltung des Hofstaats. Ich war dort. Ich sah die Asen lachen, als Rungnir auf seinen Schild sprang und schwor, uns alle zu töten und die Frauen mit nach Jürtenheim zu nehmen. Und dann taucht Thor auf und lacht er? Oh nein! Thor wirft einen Blick auf den betrunkenen Narren und schlägt ihn mit Mjölnir so hart auf den Kopf, dass bis heute Stücke von Rungnir in seinem eigenen Schild stecken. Thor ist so verwundert wie die Steinsplitter, dass er nicht bemerkt, wie Rungnirs Körper mit einem knirschenden Geräusch auf ihn fällt. Und wieder halt schallendes Gelächter durch die Hallen des Palastens. Die Geschichte ist ja furchtbar, Mjölnir. Ganz anders als die von meiner Mutter. Lasst ihr das eine Liebe sein. Die Wahrheit ist selten so hübsch wie Müh und Legenden. Falls ihr euch fragt, was ich gerade mache. Ich wollte ehrlich zu diesen... Ja. Es ist ein blauer Symbol in der, aber irgendwie... Seht ihr? Wenn ich irgendwo hingehe, dann verschwinden die. Die sind ultra weit weg und deswegen... Würde ich sagen, lassen wir das erstmal. Wo ist jetzt dieser Tempel von... 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 von Tür? Äh. Also ich weiß, dass ich etwas gesehen habe. Hab's auch gesehen. Freya hat gesagt, der Weltentum von Jüttenhang fehlt in dem See. Aber vielleicht nicht wirklich. In der Tat höchst seltsam. Ja, wir haben was gesehen. Ich hab's auch gesehen. Es ist ein Tempel da. Ähm. Jetzt ist die Frage. Soll ich hier mal anlegen? Sieht richtig aus, ja. Legen wir mal hier an. Oh, Tierskruft liegt hinter dem magischen Schloss. Der Eingang zu Tierskruft liegt am Fuß dieser Treppe. Wann immer ihr entscheidet, nach der schwarzen Rune zu suchen, ja? Ja, eigentlich jetzt. Wo muss ich jetzt hingehen? Was? Wo muss ich jetzt hingehen? Hier hinten irgendwo. Um zum Berg zu kommen, müssen wir durch Wannerheim, stimmt's? Äh, nein, nein, nein. Das ist nicht Wannerheim. Das ist der Wannerheim-Turm. Und beide Seiten von ihm sind in Midgard. Ach ja? Warum zeigt die Brücke immer nach Wannerheim, wenn wir nach Midgard kommen? Wäre es dir anders, lieber? Aber findest du das Verschieben von Brücken so faszinierend? Nein? Dann ist ja gut. Ich weiß ehrlich gerade nicht, was das Spiel von mir will. Wo ich lang gehen soll. Ehrlich gesagt. Jetzt, jetzt gehe ich wieder weiter weg. Jetzt zeigt es wieder irgendwo nach da drüben. Was will das Spiel von mir genau? Ich bin ein bisschen verwehrt. Bisschen. Wenn ich jetzt nach oben gehe, dann bin ich wieder zu weit weg. Hä? Hä? What? Was willst du von mir spielen? Ach, hier. Ach so. Ach so. Muss mir doch jemand sagen. Muss mir doch jemand sagen. Ich glaube, dieses magische Tor ist mir doch nie aufgefallen. Äh, war das nicht gut? Äh. Wow. Ich kann nicht glauben, dass wir Türskrift betreten. Lass mich raten, dies. Noch so ein Ding? Was ist das? Das ist Tier. Aber das mittlere Bild fehlt. Moment. Ich dachte, Tier war ein Gott. Kein Riese. Das stimmt. Doch er wurde von allem. Auch von den Riesen. Außer mir war er der Einzige, dem sie ihre besondere Gabe des Seels schenken. Hey! Ob die Riesen wohl auch von mir irgendwo ein Triptichern haben? Nein. Was ist das da oben, Junge? Er wird es nicht lesen, scheinbar. Okay, was darf ich? Sieh es dir selbst mal an. Ich zeige dir, wie man das liest. Das ist nicht notwendig. Du hast mich so viel gelehrt. Lass mich dir auch etwas beibringen. Darin ist ja gut. Was, wenn du ohne mich eine benutzen musst? Es ist nicht schwer. Atreus. Komm. Du sprichst es schon. Dann ist das Lesen nicht so schwer. Ich kann lesen, Junge. Nur nicht diese Sprache. Das lernst du schnell. Also, die Ruhen stehen für ganz viele verschiedene Dinge. Für Götter, für Tiere und... Halt. Oh, war das zu schnell? Tut mir leid. Nein, nein. Riechst du etwas? Ja, tue ich. Riecht nach... Regen? Alles habt ihr ruiniert. Ich hab den Scheißhammer verdient. Aber jetzt wird jener glauben, dass ich ihn nur hab, weil Magni weg ist. Sie lachen mich aus. Aber wenn ich dich töte, wird niemand über mich lachen. Nein! Ruh mal! Bist du dumm? Hast du das von deinem Vater? Oder eher deiner Mutter? Ist sie dumm und hässlich? Sei still! Oh, das stimmt. Aber dich werde ich kennenlernen. Gut sogar. Du wirst jetzt mein neuer Bruder. Aber zuerst tröt ich doch deinen Vater. Kippo! Ups. Hab ihn kaputt gemacht. Jetzt reicht's. Nein. Bleib weg! Lust damit! Lust damit! Nein! Wir sehen uns wieder! Seige Drecksau! Bruder, der Junge! Ja, Junge, geht's dir gut? Atreus. Du musst ihn schnell zu Freya bringen. Nur sie kann helfen. Jetzt muss ich nach Freya irgendwo suchen. Aber wir konnten Typen immerhin in die Flucht schlagen. Freya, wo bist du nur? Bitte komm. Bitte komm. Okay, ich kann nur in eine Richtung laufen. Das macht das Ganze schon viel leichter. Nimm das Boot. Zu Freya ist es nicht weit. Okay. Nimm das Boot. Halte durch, Junge. Halte durch. Gott. Es scheint wirklich sehr beschissen zu gehen. Du pass auf ihn auf, ja? Hier hindurch vielleicht, oder? Ich muss zur Freya. Ja, das ist gut. Okay, hier entlang. Umso besser. Umso besser. Atreus, halte durch. Halte bitte durch. Wir müssen es schaffen. Odins Auge hoch auf dir. Vor allem, seit du angefangen hast, seine Sippe auszuwischen. Freyas Wald ist ein blinder Fleck. Das ist unser schlauestem Zug. Und wenn ihn jemand heilen kann, dann ist sie es. Was geschieht mit ihm? Ich habe bei Sterblichen gesehen, dass sich ein seelischer Konflikt unter der Krankheit des Körpers manifestiert. Nie bei einem Gott, aber... Ein Gott, der denkt, er sei sterben? Das muss wesentlich schlimmer sein. Wir sind fast da. Oh, Beeilung. Komm, 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 komm. Schneller, Kratos. Und anlegen. So, jetzt aber schnell einen Weg zum Freya finden. Kopf hierhin. Und du, Junge. Komm's mit. Da, mit diesem Tal müssen wir fahren. Halte durch, Junge. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Dieser mieses Sack, ey. Aber was ist mit ihm passiert? Jemand hat gerade die Schlange geholt. Jemand hat die Schlange gerufen. Das kann doch nur einer gewesen sein. Dieser Sohn von, ähm, von Udin. War das nicht mehr so hoch? Schneller. Schneller. Das war doch noch nie so hoch. Was sind wir jetzt hier? Ich hoffe, wir können durch die Tür hindurch gehen. Das Fieber wird schlimmer. Er zittert. Es ist ernst. Wir müssen uns beeilen. Ja, Gratis kann nicht rennen. Scheinbar. Freya, bitte. Mach uns auf, bitte. Freya! Öffne die Tür! Du musst uns helfen! Weib, hörst du mich? Es ist dringend! Ich bin eine Göttin. Verschwinde! Der Junge ist sehr krank! Freya! Er ist krank. Komm rein. Das ist keine gewöhnliche Krankheit. Sein wahres Wesen, dein wahres Wesen, kämpft in ihm. Ich bin daran schuld. Hilfst du mir? Natürlich. Bring mir eine sehr seltene Zauberzutat aus Helheim, der Wächter der Brücke der Verdammten. Ich brauche sein Herz. Hel... Das Reich der Toten. Kennst du es? Nicht dieses. Es ist ein Land von grausamer Kälte. Kein Feuer brennt dort. Und keine Magie aller neuen Welten könnte eins entzünden. Und die Toten? Deine Frostaxt ist machtlos. Du musst was anderes finden. Dann muss ich nach Hause. Zu etwas, das ich mit Schwur begraben hatte. Wer du zuvor warst, ist egal. Der Junge lebt im Jetzt. Er ist dein Sohn. Und er braucht seinen Vater. Diese Rune öffnet die Brücke nach Helheim. Wenn du dort bist, darfst du die Brücke der Verdammten auf keinen Fall überqueren. Es gibt keinen Weg zurück. Verstanden? Junge. Helmeli. Beeil dich. Durch meinen Garten führt ein Pfad zu meinem Boot. Nimm es. Kehre heim. Bleib stark. Tu alles, was nötig ist. Nur bring mir das Herz des Brückenwächters, um deinen Sohn zu retten. Jetzt. Freya. Beim letzten Gespräch war ich... Nein. Du hast Recht, einem Gott zu misstrauen. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir, nicht deswegen. Ich gebe auf ihn Acht. Der Schwur einer Mutter. Okay, ab durch den Garten und zum Boot. Leute, das war's für heute mit God of War. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Aber. Er muss nach Hause und etwas holen. Dass er vor langer Zeit... Schwur, für immer zu begraben. Und er hat dabei seine Handgelenke umfasst. Nimm die Gartentür. Mein Boot bliegt den Weg runter. Geh. Die Zeit ist gegen uns. Jaja, ich weiß. Leute, kann es wirklich sein? Boah, ich bin so gespannt. Nochmal, das war's für heute mit God of War. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.